Obwohl die Sniper... Obwohl wir lassen erstmal die Sniper ein bisschen Arbeit leisten. Obwohl, ne, der macht gerade etwas. Der Bubble. Ja, wot man kann man nicht schon kommen. Ich renne vor. Ich kann auch vorher schnell die Kiste. Hä? Hab ich doch gerade ausgerüstet? Ja. Boah, die macht mir das Schaden unendlich. Verdammt, jetzt bin ich verrenkt. Ich komm auf dich zu, ich heil dich, ich heil dich, ich heil dich. Dann geb ich dir deine lange Deckung und eure Mini zugefahren. Ich hab gedacht, du heilst mich! Sorry. Ey cool, meine Shotgun-Kentnisse sind jetzt auf Level 1. Danke. Ey, ne Puppe. Die hab ich. Ich bin schon wieder fast tot, ich brauch Medi. Ja, Medi. Sorry. Da, danke. Das war eben im Eifer des Gefechtes. Das waren es alle und dann sind sie schwanger. Irgendwo ist hier auch ne Waffe. Money? Money. Gut. Hier irgendwo war auch ne Waffe, das weiß ich. In irgendeinem, in dem ein Spind hier müsste eigentlich noch ne Waffe angeblich gewesen sein. Gut. Was ich nicht vorstellen kann. Wir sind jetzt gleich beim Boss. Kommst du? Ich komme schon. Gehen wir runter. Wollen wir? Jo, gehen wir. Gut. Gut. Da kommt jetzt Nein Toos. Save the first, sag ich nur. Ja, genau. Schaut auf seine Bälle, sag ich nur. Ja. Da. Da. Nein Toos. Save the first. Ja, three balls. Ja, three balls. Ja, three balls. So, jetzt aktivieren wir unseren Action-Skill. Hab ich nicht. Alter. Ja, ich aktiviere aber meinst. Oh, der zählt hat mich so viel aus. Und der ist darum. Geh. 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 Du das Gag. Wo ist das Fisch hin? Hier oben. Fuck. Fuck. Ich gebe dir. Wo bist du? Hinter dir du Sack. Ah, da. Ich gebe dir Deckung. Scheiße. Ich gebe dir Deckung. So, jetzt legen wir auch mal jemanden wieder. So, ich hoffe, das passt jetzt So, einer ist tot Der eine ist tot Ey, Chris, du brauchst Leben Hier ist ein Medi Moment, ich mach den noch platt Den will ich platt machen Meiner, 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 Michael Gut, ich hab jetzt einen Skillpunkt Gut Hä? Okay Ähm, ich mach den mal die Hier drinnen liegt ein Sniper und eine Pistole Die Elementarwaffe nehme ich denn Der hatte sie Die wollte eigentlich der Marvin haben, das weiß ich ja Ja, aber der kann leider nicht mitmachen Also Pistole, nee Aber ich hab jetzt mal den Sniper genommen Ja, dahinten liegen noch bessere Sniper rum Das weiß ich Bist du sicher? Nee, gib ihm trotzdem die Sniper Ich hab die Sniper nicht Ich hab's auch nicht genommen Ich hab's jetzt zwar genommen Aber da hinten liegen bessere Sniper rum Als wir vorhin gefunden haben Kann ich euch zeigen Da oben ist eine Muni-Kiste Ja, hier oben ist eine große Kiste Mal sehen, was da drin ist Ne Sniper Nee, hier liegen ganz viele Pistols drin Genau zu seinen vier Stück Okay, dann ist es anders So, okay Ganz viele Pistols? Ja Da lagen vier Pistols drin, wovon ich gerade zwei genommen habe Ich schau mir mal die zwei Pistols an 22, 22, nehm ich beide Kann man später gut verkaufen Und die Sniper, wer hat die jetzt? Ich? Gut Ja, ich würde da jetzt auch mal sagen Wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen kurzen Cut Oder gehen wir noch schnell die Quest abgeben Äh, nee, machen wir denn an dieser Stelle noch einen Cut, würde ich sagen Geben wir noch hier aus der Arena raus Ja, wartet auf mich Ist richtig Bubble So, ich verteile mal kurz den Skillpunkt Okay Ich gehe schon mal auf Ditto Ey Ihr Ärsche Ja Jawohl Ihr solltet auf mich warten Mann No Ja genau, lauf Bevor er uns kriegt Ja, ich komm Ey, was soll die Scheiße Ey, guck mal, ihr legt mir Schatkan rum Nehm ich mit Leute, wartet mal bitte auf mich Das war der erste Schritt auf deiner Reise Du musst auf mich hören Es ist unwichtig, wer ich bin Zunächst musst du wissen Es gibt die Kammer Man wird versuchen, dich abzulenken Dich auszunutzen Aber die Kammer ist in die Kammer Leute, wollen wir den Part jetzt nicht mal langsam beenden? Ja, ja, wenn ich schläft Nein, danke Bei den heutigen Schokoladenpreisen nicht mehr Ja Wow, das war der Bloodwing, oder? Jo Das war der Bloodwing Du kommst, du schnell kommst die Lohn hinterher Ich glaub, wir werden nicht jetzt für die nächsten zwei Stunden los Gut, dann werden wir den Ne, wir brauchen noch einen Savepoint Obwohl, der Savepoint ist ja da hinten Also haben wir ja gespeichert Das ist da hinten Gut, ich speicher jetzt hier Man braucht nicht zu speichern Das ist Autospeich Ja, ja gut Ja, dann beenden wir den Part an dieser Stelle Das war das Let's Play Borderlands Das Together Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut Bis zum nächsten Mal, ciao! Tschüss! Bye, bye Okay Ja, hallo Leute, willkommen zu Let's Play Together Äh, was spielen wir nochmal? Borderlands, genau Ja, wir haben wieder mal dieselben Gäste Den Zoster 13 und den Bubble Gun 1992 Sag mal was! Ja Jojo, wir sind ein paar Muss um unsere Sorgen machen Gut, also kurz Um kurz zu fassen Wir haben 9 Toast in den Arsch geschossen Auch wenn das steht bei sein I have safety first Ja, genau Hust, hust, aber egal Wo gehen wir längst? Rechts oder links? Ich gehe hier lang Den ganzen Racks Nee Ich möchte ein paar Ich möchte ein paar Erfahrungspunkte sammeln Stimmt Wäre nicht schlecht Also ich komme mit Also nach 9 Toast wird es blind für mich Also Ja, ich habe es Auch nur bis zum Bis zum Mineneingang gespielt Mehr nicht Geil Money, money Voll Ist ja funny Gut Äh, what the fuck? Warum sind hier so viele? Das weiß ich nicht Deswegen nicht Ich bin nicht dran, dass wir zu dritt sind Nee, wir waren ja letztens auch zu zweit Und da sind auch so viele rumgelatscht Stimmt Mir ist irgendwie aufgefallen Dass 50% meine Schüsse Irgendwie gegen die Wand gehen Du bist ja auch ein Nahkämpfer Und kein Schütze Ah, ich habe es mit Nahkampf ausgenommen Ich stelle mal kurz was bei mir Was wegen dem Sound ein Und Hier, gut Kaufen wir trotzdem jetzt noch alles was Die Öko müssen auch Racks rum Da haben wir sie Da, 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 da Oh, das war nicht rechtzeitig Boah, wurde jetzt gerade mit das Leipo ausgeschaltet Bei Benja, Respekt Was ist das? Ich habe schon alle mal mit ein Kill Alle gebeten, der schützt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da haben wir ein Level 38 Meter Gegen was für ein Level? Ja, keine Ahnung Müsste ich mal wieder nachschauen Also hier sind es normale Waffen Also Schockgans sind gegen Racks am besten eigentlich Finde ich Ja, und Wie bist du da rübergekommen? Nein Nein Hoch, hoch, hoch Ey, mein Homo springt nicht hoch Wenn ich will Ja klar, springt doch auf mich drauf Weil es ganz so viel Spaß gemacht hat Besteige mich Ne, ich schaue, ich schaue, ey, da ist auch eine Muni-Kiste Ich schaue mal kurz hier Ist es eine Muni-Kiste? Ja, ist es Hier, balance the healing shield Ja, das nehme ich Ich habe jetzt auch so ein healing shield Muss ich kurz dran tun Das sind shield, tab ich Ich habe ein Orbs-Standard Top-Obs Ich weiß nicht, wie man das an Sonst 2, 200 PS balanced Das kirmische shield Ich habe so ein Wie bist du darauf gekommen? Egal, wir gehen jetzt zu Balance the healing shield Gut, Reise beginnt Wieso schießt ihr euch eigentlich gegenseitig an? Weil wir es können Ja So, Soul, weil wir es können Und warum legt sich ein Hund an die Eier? Weil sie es kann Genau Genau Diesen Spruch hast du irgendwie jetzt schon offscreen, ich weiß nicht, wie oft gebracht 23 Mal insgesamt Ja, genau Also bei dir und Marvin waren es insgesamt fünfmal, bei mir im real life waren es insgesamt 333 Mal Ja, genau Gut, müssen wir jetzt zu Seth oder müssen wir zum TK-Barber? Danach kommt das mit dem Catch a Ride Ey, gut, ich bin Level 7 Äh, Level 6 Wollte schon sagen Level 7 Äh, ich bin glaube ich, ich weiß nicht welches Level Level 5 Scheiße Wo muss ich längs? Da Längs Wow Okay, das war jetzt mies Die Granate Gut, ich verteile mal schnell meinen Skillpoint, den ich bekommen habe Und es gibt verschiedene Wege bei mir, es gibt Schläger, Panzer und Sprenger und ich nehme Äh, äh, erstmal ein bisschen Panzer, erstmal die maximale Gesundheit bei mir ein bisschen hoch Äh, äh, ja Babbel wartest du mal mit dem Kiln, wir wollen auch was aufraben, was Kuchen Ich bin wahrscheinlich eher am weitesten hinten, weil ich meine Kills klaut Ja, stimmt, er hat der sowieso Aber er hat das mit der Sniper mit dem Aufsteigen Wo sind denn? Hier waren doch mal so viele Gegner Ja, rat mal, wer die Granate fertig gemacht hat Der Babbel Oh yeah Warum machst du denn das? Ja, das kann Ey, das ist mein Spruch, den hab ich patentieren lassen und ich, nee, geb dir ab Du bist genau Brauchstd compensationslastungsmodus Na, puh, uffa Ich glaube ich, ich hab Gesicht aufjetzt mit diesem Geguren Wuppertgefckt So, jetzt sind Genau Ich dafür bin alle zusammen Hey, ich habe Ich bin 67 Jeff até Keber Shaun er ist 7 Nr sucht ihr Freund okay ich hab ein steck geworden geht gewonnen wird kann ich auch kann ich auch will aber nicht ich bin fast da ich bin ja ich bin angekommen ich bin genau wo man mal die Gäste kommen lassen als die Leute wartet mal kurz dass die Hörer geht das Ding abliegt Hä? Wer schießt auf uns? Egal. Falls ich weiß nicht, auf was ich gehen soll. Sanitäter, Unterstützung oder Infanterie? Sanitäter? Ähm, ein bisschen Sanitäter wäre nicht schlecht. Ja, dann gehe ich erstmal auf Sanitäter. Auf einen Sani. Ich verkaufe jetzt einfach mal ein paar Waffen hier bei mir. Boah, das ist mein Kill. Oh, du Arsch. Das war mein Kill, aber egal. Da kommt gleich noch ein Psychopath entgegen. Mir? Nein, uns. Wenn wir hier längs gehen, weil hier gibt es zwei Wege zu... Äh, own head. Einmal den Offizien, wo man richtig viel einsteckt. Gut, ich gebe meine jetzt bis jetzt ab hier. Gut, ähm, cool, ich habe Granaten sind da gekommen. Schwarzes Brett muss man jetzt checken. Das mache ich auch mal schnell, oder seid ihr gerade im Tier? Äh, wo ist... Hä? Ähm. Ach, ihr seid gerade da hinten. Ich bin bei Catch-a-Ride. Ja, ich wollte... Ne, Catch-a-Ride können wir ja anfangen damit. Wartet noch nicht mal. Gut, Catch-a-Ride habe ich jetzt angenommen und TK hat weitere Arbeit. Ja, ich möchte erstmal meine Waffen verkaufen. Das war jetzt irgendwie mieser Spruch. Dieses Ding ist noch ramponierter als meine Mutter. Äh, Alter, meine Mutter. Äh, okay. Babbel, wie viel Schaden macht deine Sniper? Äh, mal schauen. 76, oder? 76. Ja, dann ist die Sniper, die ich aufgelesen habe, wirklich beschissene. Ähm, gut, wir müssen das Catch-a-Ride machen, oder was haben wir denn gerade als Qued angenommen? TK, TK Bar müssen wir jetzt besuchen, steht jetzt gerade. Ja, ich glaube, schnell rauf. Ja, weil der müssen wir... Er ist nicht mehr da, oder? Er ist doch da. Das sind dann andersmal. Das ist mir auch eben... Das ist mir vorhin auch kurz passiert. So, Catch-a-Ride benutzt, abliefern, nee, danke. Nee, wir... Was hat TK da für uns für eine Arbeit? Genau, mehr Winzett. Ja, ich habe einfach alle drei genommen. Wer Winzett? Was muss man da... Ah, wir müssen... Was muss man da machen? Wir müssen zurück zu Skaggali, sein Bein wiederholen. Glaube ich, wartet, wartet. So. Dann schau doch mal kurz nach. Ich schau mal kurz runter, ob wir zum Passgex sind. Ein paar Experienz-Geräte haben wir gebrochen. Sein Bein. Nee, wir gehen denn zu... Wer zum Catch-a-Ride benutzt, abliefern, zu den müssen wir gehen. Wisst ihr das? Ähm, nein. Jetzt mal zum Catch-a-Ride machen. Und genau. Wäre nicht schlecht. Oder zum schwarzen Brett. Ich schau mal beim schwarzen Brett. Schau weit. Oder da. Ab. Bonehead, der Dieb. Okay. Da gehen wir ja zu Bonehead. Okay. Okay.